In dir sind aber auch diese Regulative angelegt und diese Regulative im Astrologischen wie Saturn, wie Pluto, das sind nicht deine Feinde, die sind nicht böse, das sind einfach Lehrer, sagen wir strengere Lehrer, aber die meinen es nicht schlecht mit dir, die wissen schon wo du hin sollst, die dienen alle einem höheren Ziel, nämlich dich dorthin zu bringen, dich dorthin zu bewegen, wo du eigentlich hingehörst. Also das sind innere Auslösungen. Genauso solltest du das mit der Astrologie sehen. Die Astrologie ist natürlich, wir sagen jetzt, ja die Planeten stehen so und so, da kann ich wieder nichts machen, das ist genau dasselbe, wie ich sage, ja gut, jetzt ist die Krise und ich kann nichts machen, die Euro-Krise oder sonst was, das stimmt ja nicht. Wenn du auch das Astrologische vielleicht so sehen kannst, dass das innere Kräfte sind, wo sich Möglichkeiten ergeben, wo sich auch in deinem Leben Wege auftun und vielleicht auch verschließen, dann ist das einfach schon eine ganz andere Sicht und du bist in deiner Verantwortung drinnen. Und dazu lade ich dich ein. Also wenn ich jetzt gleich auf ein paar so Themen eingehe, auf die Langsamläufer und so weiter, dann mach dir nochmal bewusst, Schicksal ist nichts vorherbestimmtes, Schicksal wird von dir geschrieben. Und das, was du tust, das, was du hier jetzt tust, in diesem Moment, das prägt dich. Und da ist unendlich viel Potenzial in dir drinnen. Und warum ich das jetzt so sage, so, ja da ist viel Potenzial, da schmiert er mir jetzt womöglich Honig ums Maul, das stimmt nicht, weil ich auch unendliches Potenzial in mir sehe und ich nicht anders bin als du. Und du bist nicht anders als ich. Wir sind alle Menschen und wir haben alle unsere Talente und Fähigkeiten und das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Und da freue ich mich einfach jetzt, dir das unter diesem Aspekt auch ein bisschen mitgeben zu können. Also kurz, ich werde jetzt einfach mal so zu diesen Langsamläufern in den Zeichen noch sagen, also zu diesen langsamen Planeten, ich gehe heute jetzt nicht ein, wie steht die Liebe oder sonst etwas. Also ich werde jetzt da nicht auf so Detailsachen reingehen, da kannst du, wenn es dich wirklich interessiert bei mir, eben so deine persönlichen Tendenzen und Transite bestellen. Um 25 Euro wieder ein Jahr wird, da gehen wir genau darauf ein. Ich schaue mir eher die Mondanen, die Schicksalsplaneten heute an. Wir gehen es jetzt einfach mal an mit einem Thema, das uns schon lange bewegt. Also ich schaue mir mal die wichtigen Langsamläufer rein. Wir haben den Uranus im Stier jetzt schon mehrere Jahre. Ich blende da jetzt mal eine Bildtafel dazu ein. Der Uranus ist ja ein sehr, ein sehr gemütlicher Kollege, du siehst, also so historisch gesehen, er ist jetzt 2018 bis 226 in unserem, also im Zeichen Stier. Das ist jetzt so die Gegenwart, ganz unten. Und ich habe, das ist eine alte Folie, die habe ich glaube ich vor zwei Jahren bei einem Vortrag oder drei Jahren bei einem Vortrag verwendet. Und da habe ich schon geschrieben, also Ukraine mit Fragezeichen, vielleicht tut sich da auch noch was, haben wir ja jetzt wunderbar. Aber man sieht, also Uranus im Stier ist immer so der Revolutionär im Fixen, in der Erde. Und das ist so dieses Prinzip, diese Energie, um die es da geht. Also wenn du dir das vorstellst, der Revolutionär, das Individuelle, brischt in die Struktur der Erde ein. Und Erde heißt einfach, das ist Materie, das ist das, was du hier schaffst, das ist dein Revier, das sind deine Werte, das ist also auch das Monetäre, das ist auch das Geld. Und da prescht dieser Stier, also in diesen Stieren, dieses Stierische, und da ist Österreich auf jeden Fall ein stierisches Land. Also da ist dieses, ja, mein Haus, mein Job und alles ist gut und irgendwann gibt es Pension. Also das ist ja sehr, sehr vom Lebensinhalt her sehr, sehr stierisch geprägt gewesen. Natürlich wachsen jetzt die nachkommenden Generationen schon ein bisschen anders auf, wo man sagt, ich will nicht mehr so viel arbeiten, das interessiert mich nicht. Auch das kann man natürlich sagen, das ist so das Individuum, das da rausbrechen möchte aus der Herde. Also Uranus, der, das bin ich und das fühle ich und ich mache da nicht mit. Das ist ja mal ein guter Gedanke. Die Frage ist nur natürlich in der Übergangszeit, was ist denn da ein Modell? Wie kann man denn dann die Welt gestalten? Und was Uranus wahrscheinlich übersieht, ist auch immer der Punkt, was kannst du denn beitragen? Also was ist denn jetzt wirklich dein Beitrag auch zu einer Gesellschaft? Weil eine Gesellschaft muss ja existieren auch, ich muss ja auch was geben. Und nur, dass ich sage, ja, ich bin gerade so wunderbar, ist halt die Frage, ob du da wunderbar genug willst, dass das reicht. Dass ich da ganz nüchtern auch sage, dass dir was zahlt für deine Wunderbarheit. Aber Uranus im Stier zum Beispiel wäre auch dieses, das sind so, ich sage es jetzt vom Internet her, weil ich es von der Fotografie her kenne, wo irrsinnig viele sich so diese Onlyfans-Sachen machen oder hier auf YouTube auch, wo man anfängt, Kanäle zu monetarisieren und auch für Leute, die einem zuhören, quasi dann Sondercontent zu erstellen oder wo du selber deine Sachen halt auch online produzierst. Auch das ist natürlich schon was, wo ich sage, ich als Individuum, ich teile jetzt was mit und ich mache da was draus. Also da passt natürlich auch das Internet, YouTube und so weiter, passt da fantastisch dazu. Also das ist natürlich auch eine Tendenz Uranus im Stier. Also das muss jetzt nicht nur die Krise sein, bitte, sondern es ist natürlich auch ein Wirtschaftsmodell, ein freieres Wirtschaften, ein individuelles Wirtschaften, vielleicht auch die Selbstständigkeit, dass du eben das machst, was in dir steckt. Und das ist eben so, das ist so dieser Auftrag. Auf der anderen Seite, wenn du dir anschaust, Uranus im Stier, was sich da bewegt hat, so historisch, 14., 14., also 15. Jahrhundert, Buchdruck, der Guttenberg, also das war natürlich eine Revolution, 16. Jahrhundert, 95 Thesen, Erasmus von Rotterdam, die Reformatoren, Luther, also Luther schlägt die 95 Thesen ans Kirchentor, also auch so, dass das althergebrachte Glaubenssystem gehört, da gehört was neu gemacht, da gehört was besser gemacht, da geht etwas am Menschen vielleicht vorbei, oder da wird der Mensch ausgenutzt. Luther war ja auch sehr gegen den Ablasshandel. Wir haben Bill of Rights, die erste Banknote wird gedruckt im 17. Jahrhundert in den USA, also auch der Wechsel quasi des Geldes, die Währungsreform ist da mit drinnen. Und wir hatten natürlich auch in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts den Nationalsozialismus in Europa. Und was der gemacht hat, eben ist natürlich auch der absolute, das ist so das Aufbrechen der Grenzen, das Wandel der Grenzen, das Individuum, also diese Ideologie, meine Ideologie, ist eigentlich so ein bisschen blockimisch auch angehaucht, also sprengt auch quasi dann so Grenzen. Also man sieht auf jeden Fall, dass bei Uranus im Stier sehr viel in Bewegung ist. Also da bleibt eben dieses Alteingesessene nicht mehr lange da, also das ändert sich. Und das ist die Tendenz eben, du siehst es nochmal auf der Tafel, die läuft jetzt so bis 2026. Das heißt, da sind wir ja dann schon mal, ja, da sind wir ja schon gut durch. So ein bisschen über die Mitte drüber. Und wenn du dann diese Themen hörst, wie digitales Geld, digitale Währung, Währungsreformen, du siehst diese Inflation, die da passiert, dann kann man sich schon noch denken, dass sich in den nächsten Jahren und auch im neuen Jahr da schon einiges hinbewegen wird, in diese ganze Geschichte rein, also in diesen Wechsel der Werte, dem Wandel der Werte. Und da bleibt es natürlich ganz, ganz spannend. Das ist eigentlich so eines der großen Themen, begleitet uns schon länger, aber jetzt bleibt ja der Uranus im Stier nicht alleine. Der bekommt Gesellschaft. Und zwar von einem anderen, nicht ganz so langsamen Kollegen, und zwar vom Jupiter. Der geht dann auch in den Stier, der ist momentan noch im Wider. Und Jupiter im Wider, das ist keine, also das ist auf der einen Seite, wenn man jetzt sagt, wir haben den ersten des Jahres, Jupiter im Wider, ist natürlich cool, um neue Projekte voranzubringen. Wider ist deine Energie, ist einfach nur mal Kraft. Stell dir Wider einfach als pure Kraft und Energie vor. Und Jupiter ist der Vergrößerer der Energie. Das heißt, du kriegst einfach mehr Energie. Du kannst sagen, mehr Energie. Wir haben jetzt gute Sterne, eine gute Grundtendenz über Jupiter im Wider, das neue Jahr, diese neuen Projekte auch umzusetzen. Was muss man tun beim Wider? Da reicht es eben nicht ideologisch irgendwo zu sein, sondern du musst wirklich tun. Du musst in die Action kommen. Und dann kannst du jetzt tolle, tolle Sachen erreichen und kannst ganz viel Energie freimachen. Dir kann da ganz mega viel gelingen in der Zeit. Das rennt jetzt bis, wann ist er im Stier? Also bis Mai, Mitte Mai, ist der jetzt noch im Wider, der Jupiter. Und da hast du persönlich viel Kraft, gut deine Projekte umzusetzen, dir auch so Ziele zu setzen, neue Ziele zu setzen, vielleicht auch ein bisschen größer zu denken. Das ist jetzt wirklich eine gute Zeit mit Jupiter im Wider. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also Jupiter Wider ist auf der Schattenseite natürlich auch nicht die friedlichste Frequenz. Das heißt, das kann natürlich auch für den Krieg, das kann auch kriegsanfachend wirken. Aber schauen wir es uns einfach mal an. Für dich individuell würde ich das jetzt einfach als positive Energie werten und sagen, wenn wir das jetzt schon haben, mal schauen, was hast du denn gemacht? Schau einfach mal, was kriegst du denn jetzt weiter? Was hat sich denn bei dir getan jetzt die letzte Zeit? Ich kann nur bei mir schauen. Also es waren jetzt irrsinnig viele positive Erlebnisse, viel rundum. Dann wieder mal krank dazwischen. Aber trotzdem kriege ich eigentlich ganz gut was weiter gerade, weil eben die Energie meines Erachtens nach da ganz gut läuft. Und dann wechselt der Jupiter am 17. Mai 2023 in den Stier. Und das wird von vielen Kolleginnen und Kollegen als so positiv für die Wirtschaft gewertet. Also Jupiter ist positiv für die Wirtschaft, also der Glücksplanet, sagt man ja auch, der Vergrößerer kommt halt einfach jetzt in dieses materielle Zeichen. Und jetzt ist für mich dann so die Frage, ob da nicht jetzt rein vom Energetischen, wenn ich mir das vorstelle, so eine Aufblähtendenz noch entsteht. Das heißt, dass noch etwas nur scheinbar, also ich nenne es verschlimmbessert wird, dass etwas verschlimmbessert wird. Also man versucht, was besser zu machen, macht es aber eigentlich schlimmer. Und es wird etwas aufgeblähter. Oder es wird etwas übertriebener, überblähter. Also das könnte ich mir da vorstellen mit dem Jupiter im Stier. Wenn wir uns mal anschauen, was ist denn da passiert so historisch? Zuletzt war der 2011 bis 2012 im Zeichenstier der Jupiter. Und da hatten wir 2011 diesen arabischen Frühling, also diese Revolte in der arabischen Welt. Wir hatten die Atomkatastrophe in Fukushima. Und 2012 haben dann diese Handelsketten Schlecker und Neckermann sind insolvent geworden. Also wenn ich jetzt sage, also Schlecker, wer sich erinnern kann, Neckermann, das waren schon größere Nummern. Also wer sich, also immer so ganz so positiv kann man das nicht sehen. Das heißt, das heißt auf jeden Fall für mich, da kommt eine Veränderung mit rein. Und das könnte eben auch heißen, dass man vielleicht auch schon mit Uranus zusammen im Stier schon so ein bisschen diese digitale Währung, dass da was kommt, dass man da vielleicht probiert, dass da irgendwo vielleicht Geld wieder ein bisschen in Umlauf gebracht wird, Helikoptergeld. Weil man hat sowieso das Gefühl, dass das Geld momentan überhaupt keinen Wert mehr hat. Es kann natürlich auch sein, dass es da eine positive Überraschung gibt mit irgendwelchen Deckelungen von so Fixkosten. Also muss man sich anschauen. Aber da ist auf jeden Fall mal so diese Tendenz drinnen, dass der Jupiter halt dann in den Stier reinkommt. Ich zeige dir nochmal die Tafel. Also 17. Mai, 23 bis 25. Mai, 24, zwei Jahre lang ist der Jupiter im Stier und wird dann natürlich auch mal Uranus begegnen. Aber da sprechen wir dann drüber, wenn es so weit ist. Also wenn der Vergrößerer, der Übertreiber, der Visionär auf natürlich auch den großen Revoluzzer trifft. Jupiter hat ja auch etwas mit dem Sinn zu tun. Also Jupiter ist ja auch so ein sehr spirituelles Zeichen. Da geht es ja auch um die spirituelle Suche. Und vielleicht ist das auch so ein Winken, dass man wirklich sagt, man sollte jetzt so diese Energien, da kommen wir dann beim Tarot auch dazu, auch noch einmal mehr nach innen richten, so wie wir es jetzt gemacht haben am Anfang dieses Streams mit dieser kleinen Übung. Weil es wirklich darum geht, in sich zu sein, zu schauen, was kann ich denn jetzt machen? Was kann denn da jetzt passieren? Und ich bin davon überzeugt, das kannst du auch. Du kannst da auch einen Wandel nochmal machen. Du kannst auch dir Umstände schaffen, dass du glücklich und zufrieden bist. Dieser Stream zum Beispiel heute wäre, wenn es Covid nicht gegeben hätte, wahrscheinlich nicht so entstanden. Ich wollte schon jahrelang was machen, mehr auf YouTube aktiv werden, aber ich war immer in meinem Rad, bis ich mir mal die Zeit genommen habe. Also die Zeit habe ich mir nicht genommen, die Zeit hat mir dann Covid gegeben, nachdem ich nicht arbeiten konnte. Aber was kann ich denn machen? Ich habe einen Computer, eine Kamera, das kann ich lernen. Ich kann mich mit Licht auseinandersetzen. Das kann ich alles selber lernen, ist alles kein Thema. Das heißt, du kannst auch lernen. Und du kannst vielleicht auch, und das ist auch Bildung, und jetzt wo ich so drüber rede, könnte es auch heißen, dass Jupiter in Stier auch bedeutet, bilde dich, was Finanzmärkte angeht. Wenn das in dir ist, bitte. Also bilde dich im Sinn deiner Finanzen, verschaff dir einen Überblick über deine Einnahmen, deine Ausgaben, was hast du für Anlagen, was hast du eigentlich wirklich Dinge, die nur Geld kosten oder Zeit kosten oder Aufmerksamkeit kosten. Auch das wäre ein gutes Thema für Jupiter im Stier. Wunderbar. Dann schauen wir weiter. Wir haben als nächstes, der nächste Langsamläufer, der das Zeichen wechselt, ist Saturn und der geht in die Fische. Der war zuletzt, schauen wir mal historisch rein, 1994 bis 1996 im Zeichen Fische. Und der wechselt jetzt aktuell am 7. März, 2023 bis 24. Mai, 2025. Also Saturn bleibt immer so zwei Jahre circa in dem Zeichen. Der hat ja, der hat so quasi am Ende des Steinbocks, hat er ja zusammen mit Pluto und Jupiter, dieser großen Konjunktion, das war also dieser Start, dieser Covid, dieser Gesundheitskrise. Und der ist inzwischen durch den Wassermann gelaufen. Und jetzt geht er dann in Fische rein. Was ist da passiert historisch? Österreich stimmt für den EU-Beitritt mit einem Volksbegehr, also mit einer Volksabstimmung ab. Kurt Coben tötet sich, begeht Suizid. Und 1996 war der letzte Atombombentest Frankreichs auf dem Moruroa Atoll. Also das sind so die Sachen, die da passiert sind, wie Saturn das letzte Mal im Zeichen Fische war. Saturn, ich habe schon gesprochen von inneren Regulativen. Saturn ist dein innerer Lehrer. Das ist so der strenge Oberlehrer. Der Du-Du-Finger sagt eine liebe Freundin immer zu mir. Also das ist dieser Du-Du, was brauchst du wirklich? Das ist so dieser Warner. Das ist so der Einschränker. Das ist so die Reduktion auch aufs Wesentliche. Also dort, wo du kannst dir Saturn vorstellen, der steht da in seiner Stränge. Vor ihm steht der Jupiter, mit dem wird schon alles gut und optimistisch. Und nach ihm kommt der Wassermann mit seinem Individuum. Ich bin super und alles ist klasse und wir sollen eigentlich frei sein. Und da dazwischen steht der Saturn als eigentlich so dieser, ja, dieser Mana, dieser R-Mana. Schauen, was brauchst du wirklich und was ist notwendig für alle? Und Saturn ist auch natürlich diese, das sind so die Gesetze und die Regeln, also auch der Richter, die Gesetze. Das sind Regeln, Maßstäbe, die für alle geltend sein sollen. Also Saturn sagt einfach zu allen, okay, wir machen eine Regel, zum Beispiel, wir fahren auf der rechten Straßenseite. Das ist jetzt für alle gültig und das wird eingehalten. Da kannst du jetzt nicht sagen als Wassermann, na, ich fahre aber jetzt lieber links oder ich fahre auf der Autobahn einfach mal so gegen den Strom. Da wird es Probleme geben. Das heißt, es gibt Regeln, damit die Gesellschaft funktioniert, damit Abläufe funktionieren und die sind absolut notwendig. Und diese Regeln grenzen und schränken natürlich das Individuum ein. Das ist ganz klar. Jede Grenze beschränkt das Individuum. Und du kannst aber als Individuum gegen diese Grenzen protestieren und poltern, was du willst. Die werden halten. Und wenn sie nicht Saturn geprüfte Siegel haben, Saturn Approval, das ist gut so, dann werden diese Regeln auch nicht ewig halten. Da möchte ich in Erinnerung rufen, so diese letzten Covid-Bestimmungen und diese letzten Geschichten, die es da gegeben hat. Also diese ganzen Einschränkungen halten natürlich nicht ewig und diese ganzen Bestimmungen können nicht ewig halten, wenn sie nicht wirklich zum Wohle aller sind. Und da ist Saturn schon, der schaut dann schon, also das ist ihm wichtig, dass für alle quasi da was gleich ist, dass sich jeder so quasi einschränkt. Natürlich treffen manche Regeln den einen mehr als den anderen. Das ist wieder so eine Typfrage, aber Saturn reguliert eigentlich und reduziert aufs Wesentliche. Wenn du Saturn so auf deiner Sonne hast, also wenn du eine Fischesonne bist und da Saturn dann mal draufkommt, dann kann es eben sein, das ist wie so Erschöpfung, wo deine Energie so runtergedreht wird. Und Saturn hast du halt alle Pi mal Daumen 25, 26, 27 Jahre so mal auf deiner Sonne. Wie ich Saturn auf meiner Sonne hatte, hatte ich, das war so 2012, hatte ich meine Trennung, hatte ich meine Scheidung, hatte absolut das Gefühl, keine Kraft zu haben. Ich habe immer das Notwendige gemacht, bitte. Und ich habe auch immer so, das war auch vom Verdienst immer so, dass sich alles ausgegangen ist, also auch mit der Trennung, mit den Zahlungen, alles was da dazugehört natürlich. Das ist sich immer alles ausgegangen, aber da war nie Großluft nach oben. Und meine Energie war total reduziert, also ich hatte da wirklich zwei Jahre keine Kraft, irgendeinen Text für meine Homepage zu schreiben, was absolut absurd klingt, wo man sagt, ich kann das jetzt nicht schreiben, die zwei Jahre sind vergangen und dann ist alles wieder gelaufen. Dann waren die Texte da, dann ist alles wieder gegangen. Aber das ist eben so eine Reduktion aufs Wesentliche. Und das ist auch so ein bisschen so diese Klausur, du nimmst dich zurück, du meditierst ein bisschen und du setzt dich auch mit deiner, mit deiner, ja auch mit der Zeit, mit der Sterblichkeit, mit dem Endlichen auseinander, das was enden muss. Also Saturn ist da, der dämpft so ein bisschen die Energie rein. Saturn ist also auch ein bisschen so, also ganz negativ betrachtet, ein bisschen die Not, die Enge, da wo etwas knapp wird, der Mangel. Und der kommt jetzt in die Fische und was ist Fische? Naja, zuerst einmal ist Fisch unsere Psyche. Und wenn jetzt, also ist das Innere, ist deine Wirklichkeit, auf dem einen, interpretiert ist deine Wirklichkeit und die psychologische Interpretation wäre die Psyche. Was bedeutet Wirklichkeit? Das bedeutet einfach, das, was in dir wirkt, so wie du die Welt wahrnimmst, so wie du deine Welt gestaltest, entspricht das dem, was, also entspricht das, was du in dir trägst, dem, was du nach außen gibst, das, was du lebst, wie du lebst, wie du deine Zeit verbringst. Das wäre so die Prüfung deiner Wirklichkeit. Was ist dir wichtig? Da eine gewisse Struktur reinzubringen, da eine gewisse Klarheit reinzubringen. Das ist so die eine Interpretation, also die Klarheit da reinbringen. Und wenn du es mit Psyche interpretierst, also die Fische dann quasi mit Psyche interpretierst, dann wäre das die Not, die Enge in der Psyche, wo man dann sagt, vielleicht kommt in den nächsten zwei Jahren wirklich, also wenn du mit psychischen Themen zu tun hast, mit Ängsten zu tun hast, vielleicht bricht das mehr aus. Also das kann da durchaus sein, dass man merkt, psychische Erkrankungen werden mehr, Depressionen werden mehr. Darum habe ich eben da auch so diesen Suizid von Kurt Coben, dem Sänger von Nirvana, quasi angegeben. Also das ist natürlich möglich, dass das noch vermehrt kommt. Aus meiner Sicht, aus der energetischen Sicht, waren ja diese letzten Jahre diese Gesundheitskrise wirklich irrsinnig prägend für uns und wir wissen noch gar nicht, was sich da alles entwickeln kann. Und durch dieses erhöhte Nutzen von Online-Geschichten, was auf der einen Seite toll ist und wunderbar ist, also ich kann jetzt mit dir da über diese Plattform, über YouTube da in Kontakt treten, so wissen wir immer noch nicht, was macht es denn langfristig? Also was macht diese exzessive Techniknutzung langfristig mit jemandem? Und dann hast du noch natürlich diese ganzen Bewegungsmangel, diese Einschränkungen, die sozialen Ängste, die sich da entwickelt haben. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das so, also dass da vom psychischen Aspekt einfach wirklich, dass man da mehr sehen wird. Also das ist so diese psychische, so das ist die psychische Thematik. Und deine persönliche Einladung heißt natürlich auch in dieser Zeit, werde klar, werde nüchtern, was du in dir hast. Das heißt, wenn du irrsinnig viel Sentimentalität irgendwo stecken hast, also irgendwo sehr viel, sehr drinnen steckst in Gefühlen und da ist aber, da ist etwas, da gehört etwas nüchtern geregelt, da gehört etwas eigentlich klar gemacht, klar geregelt. Und du steckst dann nur in Emotionen, dann lädt dich da Saturn dazu ein, weg einmal mit zum Beispiel zu viel Gefühl, zu viel Emotion, was ist nüchtern da? Das ist der Buchhalter. Erde deine Emotionen, erde das, was da ist. Mach dir das bewusst. Wenn du jetzt Angst hast vor einem schwarzen Hund unter deinem Bett, zum Beispiel, blödes Bild, aber ein Beispiel, dann schau nach, ist da ein schwarzer Hund und erde es. Und sag dann, nein, ist nicht da. Und wenn die Angst kommt, dann sagst du, okay, das ist nicht da, das verstehe ich und du übernimmst so quasi wieder mehr die Verantwortung und so mehr die Kontrolle über dein Innerstes. Und das halte ich eben so für ganz, ganz wesentlich und ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Und auf der anderen Seite wäre natürlich auch Saturn in dem Fischen, das kann natürlich auch sein, wieder, dass sich Grenzen, Begrenzungen, dass sich da auch wieder was löst, dass sich Gesetze auflösen, dass Gesetze transformiert werden. Schauen wir es uns an, was da die nächsten zwei Jahre auf uns zukommt. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein wesentlicher Teil, ein wesentlicher Langsamläufer. Naja, Neptun steht ja noch immer im Fischer. Also Neptun ist ja so, ist ja auch so noch einmal so die Intuition, der ist in seinem Heimathaus. Das heißt, da kann man auf der einen Seite irrsinnig gut medial sein, irrsinnig gut Aspekte empfangen, also auch so, ich nenne es jetzt übersinnlich, intuitiv arbeiten. Man kann sich aber auch natürlich sehr leicht verirren. Was auch sein kann mit Saturn im Fischen ist natürlich Gesundheitskrise, dass sich Gesundheitssysteme gar nicht mehr ausgehen, weil das ist die, noch einmal die Enge, die Reduktion aufs Wesentliche. Und Fische wäre ja auch so der Heiler, der Helfer und dass eben so wirklich so die konservativen Gesundheitssysteme, sozialen Systeme noch mehr unter Druck geraten. Also das ist, denke ich, was man durchaus auch, was man sicher auch da erkennen kann. Einen haben wir noch und das ist der Pluto, der in den Wassermann wechselt. Zwar nur kurz, also der Lundst nur mal kurz rein. Und zwar vom 24. März 23 bis zum 11. Juni. Da kommt er kurz mal rein in den Wassermann und dann, ab November 24, wird er einfach die Welt neu formen. Kann man mal so sagen. Das ist wirklich ein Generationenplanet. Pluto, da geht es um Stirb und Werde, da geht es um Transformation. Da geht es auch ganz stark um Macht- und Ohnmachtthemen. Das ist eben so dieser Planet. Und ich habe da nur dazu geschrieben, Pluto wurde 1930 entdeckt. Da stand er im Krebs. Das heißt, astrologisch gesehen von der Deutung her, man kann zwar zurückrechnen, aber Pluto gab es damals noch nicht. Also insofern ist das auf jeden Fall eine interessante Zeit. Wir erleben quasi das erste Mal dann Pluto in Wassermann. So langsam läuft der Kerl. Und was meine persönliche Interpretation ist, ist einfach, ich habe über Pluto immer gesagt in Steinbock, das ist so die, sehr negativ ausgedrückt, die Schändung des Rechtssystems. Also Steinbock ist Saturn, ist Rechtgesetz. Also die Schändung des Rechts, das heißt, ein Individuum mit der eigenen Vorstellung übernimmt quasi dann so, versucht staatliche Regeln, an staatlichen Regeln zu drehen. Also Individuen übernehmen so die Kontrolle über Regeln, die eigentlich allen dienen sollten. Das war so meine Interpretation von Pluto im Steinbock. Auch zur Zeit natürlich von dieser Covid-Geschichte. Und jetzt geht er dann in den Wassermann rein. Und was kann das bedeuten, wenn Pluto in den Wassermann wechselt? Also Pluto, das Stirb und Werde geht in Wassermann. Und Wassermann ist die Vision, ist auch die Hochtechnologie, ist so das Neue ein bisschen und ist auch das Individuum. Und das würde für mich heißen, die Meinung oder die Anschauung des Individuums wird bedeutungsvoller. Das ist eigentlich etwas, was wir jetzt hier auch auf Social Media und so erleben. Du schaust mir jetzt zu, ich interpretiere, das ist meine Meinung. Ich könnte auch sagen, ja, Oliver Aaron ist kleiner Plauderabend. Die kann jetzt besser begründet sein oder schlechter begründet sein. Ich habe da jetzt keine Quellenangaben darunter. Du weißt nicht, wo kommt das her, wo nimmt er das her. Also ich könnte das jetzt einfach erträumen, was ich nicht mache, keine Angst. Aber nur, dass du dir da ein Bild machst. Du weißt nicht genau, also mit was du da jetzt bewählt wirst und wo die Informationen herkommen. Das heißt, jedes Individuum, jede Meinung kann sofort transportiert werden und Macht kann über diese Meinung ausgeübt werden. Das heißt, wenn jemand da eloquent ist, charmant ist, kann er dir vieles verkaufen. Und das sehe ich eigentlich als ein großes Thema, das da auf uns zukommt, eben diese Machtausübung über die neuen Medien beziehungsweise auch die Macht des Individuums, also Wassermann, der Individualist, der dann sagt, so soll das für alle sein. Und wenn da jemand laut genug ist, dann quasi wird das verpflichtend. Und das wären eben so diese, da fällt mir diese ganze Rainbow-Geschichte auch ein und diese Diversität-Geschichten ein, wo es wirklich auch darum geht, dass man sagt, Minderheiten diktieren dann der Masse, was zu geschehen hat oder was richtig ist und was falsch ist. Und da sage ich jetzt weder das ist gut noch schlecht, nur das passt für mich in dieses Zeichen rein. Und ich glaube, das wird noch mehr. Also das wird noch viel, viel mehr, dass wir da individueller werden und dass das Individuum auch quasi erwartet, so anerkannt zu werden und auch vielleicht ein bisschen zu glauben, ja, wenn jeder das so macht, wie ich das tue, dann wäre das ganz, ganz toll. Also das ist so eine Möglichkeit für Pluto im Wassermann. Das werden wir einen Vorgeschmack vom März bis Juni 23 eben erhalten. Dann geht der wieder zurück in den Steinbock. Da schauen wir mal, was passiert, ob es da irgendwelche Regeln, neue Gesetze gibt, ob man da einen, ja, vielleicht einen Frequenzwechsel merkt. Also schau dir das einfach mal an. Beobacht das mal März. Also 24. März geht Pluto im Wassermann bis zum 11. Juni 23. Und dann schauen wir mal, da wird jetzt nicht gleich alles um die Ohren fliegen, aber das ist sicher was, wo eine neue Epoche zumindest mal angekündigt wird. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Und das ist eben so die Freiheit der Meinung, die vielleicht auch dann, ja, ein bisschen unterdrückt wird wieder mit Pluto. Das wäre dann so die Zensur eigentlich auch. Also so könnte man das auch ein bisschen, ja, ein bisschen interpretieren. Natürlich ist es gut, wenn man sagt, Internet ist frei, aber alles geht halt auch nicht. Wir merken es ja, also es gibt kaum einen ungnädigeren Ort als irgendwelche Kommentarsektionen auf Facebook oder bei irgendwelchen Zeitungen, wenn man sowas liest. Also so ganz frei ist halt dann auch wieder die Frage, was ist da gesund und was nicht. Und da kann es natürlich auch sein, dass da Regelungen kommen. Das heißt im Gesamten, wenn ich das jetzt einmal so abschließe, zuerst mal den astrologischen Teil, glaube ich schon, dass es darum geht, auch wenn man es von der alten Astrologie sieht, du hast es ja gehört, ein Marsjahr ist es jetzt wieder, nehme ich dieses Bild noch kurz mit. Es geht denke ich schon ganz stark um dein Tun, um deine innere Energie. Das heißt, definier die Gegenwart gegen das Warten. Warte nicht, dass etwas besser wird, verbessere es selber. Dort, wo du unzufrieden bist, wo du unglücklich bist, ändere es. Und das hast du in deiner Hand, das habe ich in meiner Hand, das hat jeder Mensch in seiner Hand. Also etwas zu verändern. Warte nicht zu, sondern tu etwas. Geh in deine Kraft und geh da in deine Energie rein. Das wäre so eigentlich so meine Interpretation. Da geht es wirklich darum, selber zu tun. Und tun heißt nicht, nur nachdenken oder meditieren, sondern wirklich aktiv zu arbeiten. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein gutes neues Jahr. Vielen Dank für's Dabeisein. Freut mich. Ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen. Und es war was dabei. Auf jeden Fall, bleib einfach am Ball. Und wie kommt man am schnellsten durch Krisen, indem man nicht stehen bleibt und deshalb niemals stehen bleiben. Tschüss und alles Gute. Danke.